Hallo und herzlich willkommen bei Virg2s und einer neuen Folge Createiverse, dank dass ihr euch eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja wir bauen gerade ja unser Wirtshaus. Es wird überdimensional groß. Überdimensional, egal. Es macht Bock. Vor allem auch mal so mit Gestellmäßig erstmal anzufangen. Hatt ich mir mal überlegt. Ich glaube das wäre gar nicht so schlecht. Ich habe mir noch mal ordentlich Holz besorgt. Ich habe auch schon mal da oben ein bisschen angefangen. Apeu apeu. Arbeiten wir uns vorwärts. Jetzt werden wir aber erst mal diese Folge hier diesen Bereich noch hochziehen. Und dann sehen wir weiter. Also bleibt mal dran. An sich nicht schwer. Wir gehen jetzt hier nur etwas tiefer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und wir machen hier erstmal dieses Seitenschiff. Ich habe immer noch nachgewogen was wirklich Schiff heißt. Aber ich glaube schon. Sollte eigentlich passen. So. Und jetzt kommen hier wieder die Querbalken rein. So. Habe ich mir auch fast gedacht, dass ich hier zu hoch war. Egal. Soll hier so ein bisschen versetzt sein, das Schiff. Von der Höhe. Einfach aus dem Grunde. Ne. Alte Gebäude sind ja auch nicht immer gerade gewesen. Richtig, ne. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. 3. 1, 2, 3, 4. Ja. 2, 3, 4. Aber ich finde wie gesagt ein Wurzhaus hat es auch verdient dimensional groß zu sein. 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 2, 3, 4. Was ist das denn jetzt? Ein, zwei, drei, vier, ja. Guck mal, da war ich zu niedrig. Hopp. Mach mal um mit dir. Aber nur dieses Holz zu beschaffen, ist ne Qual. Was sag ich euch? Ist echt ne Qual. Wie gesagt, die Looter tun übrigens, die haben ja, sagen wir mal 30% definitiv davon geholt. Dann wollte ich gern zwei höher. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Richtig, richtig. Sieht zumindest so aus. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ein, zwei, vier, fünf. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Und den Rest musste ich leider selber machen. Schweine. Aber wie gesagt, ging ganz gut. Also 30% von den Rundhölzern hat der mir, die mir beschaffen. Zu hoch. Ähm, 30% Holz. Und was ich denn umgewandelt hab. Und das Rest musste ich selber fahren. Aber ging. Bin eigentlich echt. Wenn wirklich darauf ausgelegt ist, die Sachen zu suchen, man weiß, wo man suchen muss, geht's. Ich hab aber auch alles andere liegen lassen. Ich wollte eigentlich noch ein paar Pflanzen nebenbei einsammeln, da hab ich mir gedacht, ne. Machst du irgendwas später mal. Ja. So. So. Muss ich das Luki-Luki machen. Jetzt müssen wir hier hoch und hier habe ich die genommen. Ja, was war das denn? Ach, da war der am Weg. Schubs, mich ruhig. Das Bärchen steht auf, äh nicht das Bärchen, denn Neo steht auf Schubsen hat er gesagt. Ich nicht so. So, vielleicht wird es natürlich nochmal um einiges höher. Dann habe ich jetzt mal den hier rundgangmäßig. Und hier. Hier weiß ich halt echt noch nicht, wie ich das genau mache mit dem Übergang. Das ist ja die Flont, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die denn auch aus Holz hochziehe oder nicht, weil ich will das ja eigentlich versetzt nach innen machen. Deswegen habe ich die überall noch ein bisschen weggelassen. Die arbeiten quasi ohne. Stimmt das so anzufangen immer. So. Jump in the death. Ein Weg, ein Weg, ein Weg. So geht es glaube ich am schnellsten. So. Ne, da brauchen wir den ja nicht. So, zack. 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 Laufen wir mal wieder rum. Ne, hier müssen wir auch schon anfangen. Da war es nämlich auch schon verbunden. Hopp. So, und so. Drei mal hin. So. Läuft bei uns. Läuft, läuft, läuft. So, jetzt muss ich noch ab. Ich weiß es nicht mehr. Genau den. Okay. So. 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 Dass die Oper ist. hab' hier noch viel höher angesetzt. Ah, nein, 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 passt, 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 alles gut. So ist der Plan. So, genau, wie hatte ich jetzt gesagt, müssen wir nochmal ein bisschen nach vorne. Eins, zwei, drei. Nach hinten müssen wir nochmal kurz. So, leider erstmal noch so wegruppen. So, geht ein bisschen in den Baum rein. So, Schweinjabt. Da, toll, jetzt will ich das wiederholten. Ich muss raus, wo ist mein Haus, da ist mein Haus. Und ich bin ganz unten. Egal, komm, machen wir halt die Ecke da, da viertle mich auch noch. So, irgendwie. Aber langsam habe ich die Käse wieder. So. Dann bin ich gekommen in die Ecke. Ab nach oben. Zack. Jetzt sind wir hier. Okay. Steht. Passt. Reicht. Wir sind noch nicht fertig, Freunde. Noch lange nicht. Geht die Sonne schon wieder runter? Es wird seit da, ja. Aber noch sehen wir was. Jetzt müssen wir nämlich hier... Stehenabstand mal genau beschätzen. Aber ich würde sagen, es sind zwei. Noch mal so einen Rundgang ziehen. Zack. Zack. Zwei. Zwei. Also ungefähr da. 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 Und zwar hier leider noch mal ein bisschen was wegruppen. Der ganze Baum muss hier verschwinden, wegen planmäßiger Arbeit nur dieser Baum Das geht ja mit dem Eisenhandschuh recht zügig, weil ich irgendwann auch in die Logitebene begeben muss, um da den maximalen Handschuh auszuholen. So, jetzt ist es bis auf die Ebene alles runter kloppen, die brauchen wir nicht, ok, 1,2, 1,2, 3, passt, das ist die Ecke, so sieht es gut aus, der Rest dazwischen muss natürlich auch aus, nur mal so, um das hier auch vernünftig abzuschließen. Hier könnten wir aber folgen auch nicht. So, zack, 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 zack. Nein. Okidoki. Passt. Das ganze soll jetzt nochmal auf diese Ebene ausgeweitet werden. Wir haben ungefähr so, 1,2,3,4. 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 Könnte man jetzt auch schon die Querbalken reinziehen, mache ich aber erstmal nicht, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie es wird beim Wirt. Lassen wir das erstmal so im Raum stehen. Okay. Hier ist er noch ein bisschen höher. Kann man mal was rüber gehen. Zuck. Hier wollte ich dann nochmal so ein Eingangstechnisch was hinwischen. Jetzt wischen die richtige Spur. So. Hier rüber. Aber ich würde das hier schon. Der soll ja dann weiß werden. Damit ich da so ein bisschen was sehe. Passt. Paar schlagelt nur noch Luft. Gegen Seite muss natürlich auch noch ein bisschen was passieren. Was wäre dann hier so. Können wir nochmal schnell ziehen. Und zwar. Ja. Bis zu dem auch. Ja. Ja. Ich würde da etwas sagen. Ich würde da nicht so ein bisschen was machen. Ich würde da nicht achten. Das ist noch ein bisschen was machen. sich aber umschlüsse aber ich glaube das muss gewesen sein und noch ein bisschen höher aber ein tiefer ziehen ja schweinchen hast du gedacht nicht mit mir so weit so gut so weit so gut der optiker mache ich jetzt auch schon mal die dinger ran das ist ja doof also wenn die löschen müssen die da so hin da war das signal das müsste ja eigentlich ist das hier müsste alles noch schnell weg gehört hier einfach definitiv nicht her das ist die konstruktion natürlich schon übelst gewachsen das überleben ist da oben hin da oben hin so da habe ich nochmal querbalken vergessen ich werde nochmal ein zwei balken hinsetzen hintenrum so dass wir nächste folge hoffentlich mit dem nächsten schritt anfangen können jetzt sehen wir leider wieder gar nichts das ist ich sage aber dank fürs zusehen ich hoffe euch euch wird's gefallen aktuell ist es nur ein gerüst das gerüst deswegen dank fürs zusehen glocke abo nicht vergessen bis dahin und tschüss